herzlich willkommen wieder bei mir über lp am stadt die uhr schlägt wieder null weil obwohl es tickt und nicht schlecht bei mir wieder einmal und wir fahren diesmal mit einem ami warum wieder mal mit playboy x 400 2 hektar wo man es warum ganz gut angriff sie ließ ich bin nur kleiner putz sicher jetzt hier aber das ist die Panzer herstellen das fängt ja super an also ich will nicht der letzte der hat mit kleinen ersten jahre ich wusste immer bei mein gefecht hier normalerweise sieht es nicht so aus dass wir immer na kommt ich hab noch vier für dich sind neue panzer auch 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 nicht blocken nicht blocken nicht blocken nicht blocken ich muss den anderen helfen Scheiße Scheiße ja auch einmal habe ich getroffen ja weil wegen den tiefen Prozent achtzehner der Katze in der Masse an Scheiß 18 so ist so so mutig mal das ist wie sie nicht was der gerade vorhatte nicht los siehre damit sich wenn ich mal frei ist wenn die noch das war noch besser Formal will weg am besten war es genau wir gehen Leichter vor der Katze in sich damals ein Schicksal aber das auch das kürzt ihn noch mehr ein Jahr so recht verliebt war schon immer mehr hier neben das ist doch Chinesen keine Granaten ich weiß es nicht was sind das für Nups jetzt mal eine Scheiße wir haben gerade mal das Gefecht angefangen es kann nicht sein dass da wenn das Fall ist das Ding keine Granaten hat ich passt es nicht Leute was ist denn hier los habt denn ihr hier für eine Scheiße am lofen am Stort wir hätten ich nicht von euch erwartet er schießt den verliegenden Ecke die noch größere politikiert hier ich hatte ihn ja nicht anschließend die Wege so nachschießen weg ich habe die Kette repariert das schiefe weg jetzt den letzten noch da schießt gut der hat der frisch gut durchschließt ich glaube das so gut die Panser nee noch nicht er hat fünf abgeräumt wir haben ja ins Gesicht 7 aber genau das das kürzte 1 damals alles gibt es ja katz ist der Mann an der 1 sind nur vor dem Auge wenn er ich drauf hätte es sei denn tschüss bis zum nächsten Mal bei allwalt tschüss